ich bin zurück herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja ich war eine woche im urlaub und ja wie es da verlaufen ist wie es weitergehen wird erzähle ich kurz in diesem video wird nicht lange dauern also erstens vielen vielen dank für euer positives feedback auf die zwei vor produzierten videos ja einmal mit fiends und ja genau nsmbwe mit fiends und das tutorial ich hoffe ihr habt wieder was gelernt und ja ich hatte eine schöne woche habe mich komplett entspannt habe ja viele fische gefangen und jetzt bin ich wieder hier und voller energie weiter zu machen an meinem kanal und ja dann fangen wir erst mal an wie es weitergehen wird ich habe es mir noch nicht geholt ich will erst mal irgendein projekt zu ende bringen also entweder die tutorials pokémon oder mit fiends aber das kommen wir auch schon zu fiends ist jetzt drei wochen im urlaub nicht mehr ganz er hat ja schon ein paar tage hinter sich und ja ich hoffe er genießt es und ja das projekt kann dann in der zeit leider nicht weitergehen das wird dann in drei wochen weitergehen denn fiends hat mir noch nicht die dateien für folge 10 geschickt und kann er jetzt auch nicht machen die ist schon aufgenommen aber ich habe sie halt einfach noch nicht deswegen wird es da noch nichts geben ja das 200 abonnenten special ist natürlich voll im gang ich habe schon eine idee was ich machen will es wird wahrscheinlich so etwas nachdenkliches video über mich über den kanal über euch über weiß ich nicht über vielleicht ein paar von euch zu helfen zu motivieren ja seid ihr auf jeden fall gespannt was da kommen wird und genau in ja in fünf tagen also das video werde ich wahrscheinlich am dienstag bringen in fünf tagen kommt dann dass jeder kommt nicht da ist ja mein geburtstag und ja ich werde 17 jahre alt wie für mich wird sich wahrscheinlich absolut nichts ändern aber außer eine zahl die da steht ja und genau ich hätte wahrscheinlich das so ein bisschen verknüpfen das 200 abonnenten special und das mein geburtstag genau und ja natürlich wird es weitergehen mit dem gleichen rhythmus dienstag ein video donnerstag ein video samstag ein video und sonntag immer die leuchten ab jetzt wieder die sind jetzt zweimal ausgefallen weil ich einfach keiner hatte das ist jetzt so ein kleiner ersatz dafür dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen ich hoffe ihr habt es auch noch nicht ausgehalten war bestimmt einfach und ja auf dem discord läuft es gut wir planen noch was auf dem mario kart ist gerade also wenn ihr drauf seid wisst ihr es wahrscheinlich schon wir planen ein team zu machen ein mario kart team wo wir dann gegen andere teams antreten und das wird natürlich dann auch als videos kommen das nur mal als info vorne weg so dann würde ich sagen vielen dank fürs zugucken das ist echt kein langes video soll es auch nicht sein und ja dann sehen wir uns beim nächsten video wieder denn jetzt geht es weiter mit den aufnahmen also ist dann euer nino